Ja, hallo meine Freunde, der Sonne da, sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde League of Legends. Ja, ich muss leider gegen Leona spielen. Ich wollte Leona picken, aber ja, wurde mir leider gestealt, aber gut. Das Problem ist, ich weiß absolut nicht mehr, weil es gibt hier so unfassbar viele neue Items. Ich weiß nicht, wie ich Lulu bauen soll. Okay, das ist wichtig, das ist ganz cool. Das ist auch nicht schlecht. Oh ey, okay. Ey, scheiße, ich hab Lulu. Oh, das ist so kacke. Okay, wir werden mal gucken. Kann ja nie viel passieren, außer verkacken. Lalalalala. 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 Da hat sie dazu gerade eine Erziehungsschelle bekommen die alte Scharbracke. Es ist halt so ungewohnt wieder so übelst wenig auszuhalten. Aha, aha, aha. Übelst verkackt. Okay wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Werden die... Ne, funke ich. Oh, Alter. Alter, was war das für ein Hardcore lag jetzt gerade? Chill doch mal. Der hat mit einem Firstplatter das ganze Spiel kaputt gemacht. Was macht der? Alter. Oh, ich hätte ich neiden sollen. Das war so dumm, Alter. Ey, das war so unfassbar dumm. Ach kacke, ey. Oh, ich hätte ich neiden müssen. Ach man. Ach man. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf die Botlane. Ach man. Ich hasse das. Okay. Ich seh uns hier. Ich seh uns hier. Gut Job. Danke, dange. habt ihr gut gemacht ich habe kein bock mehr kein bock mehr ich will ja ich bin halt so ein tank spieler echt jetzt alle treffteins dann wir werden mal hier in hinsetzen ala da kannst du mal einmal deinen scheiß dann treffen wir jetzt mal ohne spaß nur einmal im leben das ist halt so geil ich verlange noch nie mehr ich will nur dass du den sun triffst ja auch nicht schlecht es ist mit mal kurz weg die leone es ist mit das wollte ich schon holen ich wollte das item holen ne ich heiße das wollten das wollte schon was ist bei was war denn das jetzt alter auch so als sowas hat sich aber es war so dumm gespielt ganz auch das hätte das hätte echt das hätte echt nicht sein müssen das war jetzt echt kacke mann einfach irgendwo hinpicken und dann gar nicht mehr auf die dinge gucken ok ich werde mitmovem ich werde mitmovem Okay, Drake ist gewartet. Meine R ist noch bereit, ne? Okay. Okay, dann gehen wir mal weg. Läuft gar nicht so dumm, wie ich das gedacht habe. Also es läuft ganz okay. Auf der Botlane. Ich dachte, es sieht ein bisschen schlechter aus. Jetzt holen wir schon mal unsere Schuhe und bauen das Item weiter aus. Ich bin aber am überlegen, ob ich mir noch ein krasses Leben-Item holen soll. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht, ne? 350 ist scheiße. Was gibt denn das aber? Okay, das ist... Ah ja, stimmt. Das ist Amulett, ne? Frauenschlag, Befreiungsschlag, ne? Mag ich nicht so. Ich treffe damit irgendwie auch nie. hab ich nicht so gut gemacht. Was für noch ein? Ist mich nicht so gut, beim ersten Grund. Alter Gut, haben wir zumindest eine Towerplatte Ja, selbst wenn SRL jetzt extrem scheiße spielt, wir kennen es ja bei SRL, da kann so easypeasiness wegkommen Gut, wir müssen uns wiederholen, um die Karten zu holen Und dann können wir uns wiederholen, um die Karten zu holen Und dann können wir uns wiederholen, um die Karten zu holen Scheiße, oh fuck, das war so dumm gespielt von mir Oh fuck, alter Anstrengende Botlane Ich konnte meine Fähigkeiten halt nicht raushauen Oh, meine Uhl, hätte ich meine Uhl, die in dem Moment raushauen können, ne? Oh, Mist, ey, so, 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 es nervt wirklich Das ist richtig, äh, lucky an Aber komm, ähm, ähm, ah ne, ich wollte gerade sagen, Chin steht 4-2 Aber gut, vielleicht doch nicht so ganz Ja 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 Was war denn das? Ich krieg die kräfte ich krieg die kräfte dass man stand am ende der tower attackiert warum denn so scheiße es hat mich am ende der tower ich glaube ich bin oh krass geil macht mal komm macht mal warum mich was habe ich euch getan oh ne ach so es ist echt eine Anlage ey Exkort ist also der attackiert mich am Ende der tower ich glaube ich spinne ok sehr schön dann werde ich jetzt einfach mal Leona ist voll gut versteckt ich werde mal gucken dass ich hier mal ein bisschen helfen kann wie geil einfach mal Leona versteckt ist die Leona ist so geil wie die sich da versteckt hat ey das Problem ist Ezreal kann jetzt erstmal nichts mehr machen okay ist in in Das war's für heute. Erstmal nochmal schön, ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich habe ein bisschen mehr von Leona erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte jetzt wirklich, die fickt mich komplett jetzt aus dem Leben raus. Äh, dann gehen wir erstmal auf die empfohlenen Sachen. Das ist scheiße, ey, so viele neue, so viele neue Dinge, so viele neue Items, das überfordert mich. Ich müsste eigentlich mal nach dem Game einfach mal die ganzen Items einfach mal ein bisschen so durchlesen. Ey, dass wir, also wie es aussieht, gewinnen wir das Spiel jetzt auch noch. Das bedeutet einfach im Endeffekt, dass ich bis jetzt nicht ein Spiel verloren habe und, ähm, ja, es läuft gar nicht mal so schlecht. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich, äh, zugeben. Oops. Ah haaaah ha double wort wenn du wohnst du gott like Scheiße. Okay. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass sie aufgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre irgendwie interessanter, wenn die ganz normal mit fighten würden. Also ganz normal spielen würden, weil das wäre irgendwie ein bisschen, ja. Au. Ja gut, das tat ein bisschen weh. Ups. Da hat er mich weggeschnettelt. Meeresdrache ist der nächste Drache. Sehr schön. Komm, wir speeden mal ein bisschen uns. Ähm. Weil man darf das auch gar nicht so unterschätzen. Die können in der Kombo eigentlich easy noch zurückkommen. Ähm. Weil das Leona aufgegeben hat, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Alter, ich komme null dazu, irgendwas zu machen, wenn Master Schlitz in der Nähe ist, der Affe. Der ist mein absoluter Nemesis, also wenn der irgendwie in meine Nähe kommt, bin ich total useless, also bin ich auch so, aber eigentlich könnte man jetzt Bairing gehen, weil die müssen jetzt die Botlane und die Mittlane verteidigen, obwohl die Mittlane müsste sich ja auch langsam wieder aufbauen. Ja. 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 Alter, was wollt denn ihr von mir, Mann? Alter, die gehen mir übel auf den Sack, ne? Brumm, brumm! Oh, da tinkt einfach die Scheiße hier raus. Da ut! Die Alte will doch bestimmt, wetten die Alte will mich? Ja, und hoffe, es hat euch gefallen, der nächste Win! Geil! Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und tschüss! 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 Tschüss!